Hallo, herzlich willkommen im Freizeitforum in Marzahn. Wir befinden uns hier im Fair, einer Jugendeinrichtung vom HVD und mein Name ist Carlo Schönbeck und ich biete im Rahmen der Jugendfeier vom HVD einen Workshop an, den Beatsproducer Workshop, in dem ihr lernen könnt, wie man elektronische Beats produziert, egal ob Hip-Hop, Dubstep oder Elektro, hier könnt ihr das alles lernen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeikommt und euch das anschaut und wir können zusammen einen coolen Song produzieren. Also kommt vorbei und zieht es euch rein. Bis dann! 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 Bis dann!